Musik Die ETHIOPIEN AIRLINES ET 302 Die ETHIOPIEN AIRLINES ET 302, die vorgeschnitten ist, und die Leben der 157 Menschen, der in denen einige UN-Systems, Delegates und andere Personen, die auf der Weg zur Umgebung des Nations Environment in Nairobi kam als ein wirklich profondes Schock zu all of uns. Die UN-Geneva-Familie ist expressing ihre Herzlichen Bedürfnisse zu den Familien und den Bezüllen von allen die Vickern von dieser Tragedie. Unsere Gedanken sind mit den Familien, Freunden und Kollegen, und wir stehen in solidarität mit ihnen und wünschen ihnen Kraft und Wichtigkeit in diesem sehr schwierigen Moment.